Ja, das ist immer lieb, was du da machst. Findet immer Spuren von neuen Viechern, die ich gar nicht gesehen hab. Geht das immer härter und härter? Aber, das ist ja er. Wo ist denn jetzt der? Der ist ja wieder verschwunden. Der Lurch. Das ist er, oder? Du, in der unten dann. Ich sehe nichts. Oh, der ist ja da. Das ist super. Ich geh mal weg da. Ah, da ist er. Ich hab grad acen gemacht, ne? Ich hab mich auf der Beschäftigung. Ah, ey. Der ist schon krankig auf mir. Ja, ey. Jawohl, nein. Jawohl. Geh. Ja, bekämpft euch einmal jetzt, Frau Höll. Geh weg von mir, ich tu dir nichts. Der Fisch ist der Böse, Alter. Ja, was hast du denn bei mir? Was sind die anderen Probleme? Jetzt, selber der Böse wieder da fahren. Alter, da geht's ab. Was ist denn mit dir mehr? Ja, genau. Spuck mich dreimal an, gleich hinterm Auto. Da haben wir springen. Oh, der ist die Böse. Oh, der ist die Böse. Oh, mächtig. So geht's rund. Boah, ey. Sag dir was. Ist nicht ohne. Da ist eine Krampfbahn an, du. Hast du eigentlich jetzt schon Dings die Fußspielung gefunden, oder? Hahaha, aber ich hab alle Monster jetzt einmal. Okay. Wir kämpften gegen einen Fisch, weißt du. Der war der Letzte, was mir gefällt hat. Ach so, hast du alle fertig gemacht, oder was? Ja, die anderen hab ich alle gefunden. Schau, jetzt stehen sie nebeneinander. Der Radalos und der Fisch. Jetzt schau ich mir das einmal von da aus an. Die tun sich nix, die zwei. Die gehen nicht mehr ansprechen. Aber jetzt. Hand in Hand. Ja, jetzt gäbts euch. Ich weiß nicht, jetzt blären sie sich die ganze Zeit an und das war's. Und der andere fliegt jetzt weg, oder wie? Ja, das soll ich auch rechts sein. Hau halt ab. Dann. Stei auf, das ist Hass. Ich nehme dich an, wie? 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 Ich nehme dich an. Das hat immer angeklangt... Regeneriert ihr sie so schnell, oder? Nein, jetzt kommen die anderen kleinen Opfen wieder, die sind so unnötig. Da ist er nicht so wieder hingelaufen. Ja, Thor! Ja, hör mal auf da. Darf ich irgendwas tun? Ja, was ist jetzt für ein Theater? Alter! Er kommt nicht aus, er ist freier, das ist ja lächerlich. Alter, so ein Theater! Du siehst nichts, du kannst nichts tun, du kannst dich nicht bewegen. Alter! Er läuft schon wieder weg. Kriege ich irgendwann einmal wieder Gesundheit dazu, wenn ich was isse? Der Stoff ist weg. Hm. Hier. So. Schlafen gegangen. Mundlänger. Oh nein. Wenigstens zartfähig mit mir. Alter. Geh. Wo ist der Schwanz? Alles weg. Geh. Wo ist der Schwanz? Alles weg. Ganz geil. Kann ich was essen? Wo ist denn die scheiß Kantine? Ne. Da bin ich nicht. Fischi. Dann halt nicht. Ach so, jetzt habe ich alles gefunden. Na schon. Spuren? Ja, habe ich alles. Passt. Ich weiß nicht, ob ich eine Schwanzhelfin von ihm finde. Drachenader-Bärenstein, Alter. Was tut denn er da jetzt? Das ist ja alles. Nein, ich fliege schon. Ich sehe. Was tut denn er da jetzt? Das ist ja alles mein Fliege. Oder? So. Wir wollen. Wie? Und jetzt wäre es, da er rachenknochen relikt aber da holt irgendwie her schädlich sogar gepanzert ist das nicht wahr ja jetzt ist es halt mehr wuuu Das ist ein Darmisch, wenn ich in der Farbe ist. Das ist ein Sektor. Das ist ein Oschler. Ich drücke den Knopf zum Verzweifeln, er greift ihn an, er greift ihn an. Wie oft, Alter, haust du das Loch daneben? Was ist da? Ich möchte mal spielen, ich bin bewegt, er dauert die ganze Zeit, er greift ihn nicht an, nix. Im Ofen draußen. Geht ja vielleicht einmal liegen lassen. Oh, hier hinschlägt er, ist ja kleiner. Ja, grüß Gott. Ich glaube, hier sind Bomben eigentlich, das ist ja ganz doll. Ja, ich schiebe das Lüse, irgendwann einmal ein Entfüter nehmen wir an, das gibt's ja gar nicht. Kommt er wieder zurück, oder was? Lass doch zuerst, weil ich damit jetzt so komme. Ah, da hat's schon weh. Ja, gut fein in die Falle, wie gesagt. Ich komme nicht so, wie, was ist denn da? Ja, ja, oder Herbert, wie wär's denn mal, ja? Ich bin sehr, sehr enttäuscht von mir. Ich würde das Loch gerne einmal aufwäten, aber ich kann nicht. Nein. Jetzt packt er die Waffen weg, wenn ich zuschlagen will. Jetzt kommt der Ratte an. Asuru Narada lost. Ja, der ist super. Ich weiß nicht, wenn der so super ist. Wenn der andere flüchtet jetzt auf einmal. Wo der gekommen ist. Geh weg. Darf nichts. Geh mal lieber Pilze sammeln, das ist entspannender. Wo ist denn der Kollege überhaupt? Der ist verschwunden auf der Karte. Da fahren wir sie weg. Allerdings kommen wir nicht. Super. Ich war gerade im Fight. Und dann ist er weg. Jetzt ist nur der Ratte los und der Fisch da, ne? Alter Schwede, wie der mal hin, ne? Jetzt humpelt er wieder. Ich geh mal da. Da mag ich schon immer steigen, oder? Da klingt, als hätte er Asthma. Hörst du? Leg das jetzt hin da drüben. Ah, dann ist er bald hin, hoffentlich. Ich muss schnell anschleifen. Das muss man jetzt ausnutzen. Mhm. Ich weiß nur nicht, wo der jetzt an... verwohnt wo ist und wo nicht. Am Kopf ist es nicht. Ich check das nicht, wie ich das erkennen kann, wenn der wohl verwohnt wo ist. Nein. Wie soll ich das wissen? Aber wieviel Leben der noch hat, ne? Ja, von dem rege ich gar nicht. Weil das... hab ich schon von Anfang an wissen wohl nicht mehr. Mhm. Hm. Hm. Er muss ja jetzt irgendwann einmal... Mein Gott, ruhl einmal schneller. Ich bitte dich. Haare. Das kannst es nicht sein, Alter. Ehrlich. Na, da ist er. Ja, gib mir das hier. Ja, schön. Alter, der Geld ist weg. Und dann auch los. Ja, ich geh. Oh, da bin ich weg. Die sind jetzt los. Sind jetzt die zwei da? Er ist hier. Jetzt ist der andere da vorgetroffen da. Und tschüss. Geh auf ihm, hey. Nicht auf mir. Ja, einfach nur weg. Mein Gott, die Tepperte leisten da mit dem... Weil ich es nicht einstellen habe können, so wie es ich will. Ja, alles hin, ich glaub's nicht. Dass sowas gibt. Ich fliege nur die ganze Zeit, weil der andere sie einmischt. Schuppe, die Scheiße. Schuppe, die Scheiße. Schuppe. Wie bei der Schreie. Ah... Ich komm da nicht aus, ich komm wie ein Flipper drin. Ich flieg von einer Seite zur anderen Seite. Ja, fertig bin ich. Kannst dich nicht bewegen. Ich weiß nicht, aber das hat für Lähmung immer. Ach du. Kriegst ja keine Rebs. Ich spreche immer mit der Expertin. Ja, ich geh zurück. Muss reichen. Kehre nach Astera zurück. Das werde ich gleich mal machen. Geht nach der Fähre, da ist irgendwas. Was? Was für eine gigante alte Dorn. Da gibt es noch mehr. Obwohl ich schon was gefunden habe. 3.700 Punkte habe ich gekriegt. Neuer Rekord. Mhm, bitte. Meine Lieferungen habe ich drei abgeschlossen. Guter Basio. Ah. Ich bin schon wieder Renta-Kommentant. Ich bin schon wieder einsam. Mhm. Ich bin schon wieder einsam. Mhm. Gehre. Jetzt kommt der ja nochmal. Ne. Urragaaan. Ich will aber nichts von ihm. Ich möchte eigentlich nur der Ding da hinten booten. Da liegt was schönes. Du schaffst das. Geh einfach jetzt bitte weg. Ich glaube jetzt haben wir genug Daten über den Nährgigante. Willst du der ökologischen Forschungsgruppe berichten? Geh einfach weg, Alter, ich weiß nicht. Nein, nicht in die Richtung. Es gibt drei Wege und der geht genau dort hin wo ich bin. Schmeckt das, ne? Na wirklich, das ist ja... Gaia, Bärensteine, die Bärensteinerplagerungen. Da haben wir das dann. Das ist so. Gut dich zu sehen. Viel Glück. Jetzt soll ich den Typen jagen. Wen? Den... Weserlagu Gause... Weiß ich nicht. Was ist der komische Vogel, der ist immer noch aufgetaucht. Ach so. Ja. Oh Gott, das... Ich komm eh auch gleich. Ich brauch noch eine Spur, brauch ich die noch? Da, die brauch ich. Nein, da war ich nicht. Ich hab ein 8er Gebiet, linke Seite, da mitten noch. Nein, das hab ich schon fertig. Und 10, 11. Ich hab das schon fertig. Okay, okay, okay. Ich muss nach Astera zurück. Ich such nur die Spur von dem Urakan, damit das noch ansteigt. Ach so. Das hab ich schon fertig. Was noch wichtiger ist... Da, um Expedition zurückkehren. Ja, der war ja erfolgreich. Ich hab sogar 2 Viecher umgebrochen. Mhm. Aber Gold kriegst du nicht dafür, ne? Ey, das macht ja nix. Material, sag ich. Schuppe! Vorderbeine brechen. Kralle, Kiefer, Kralle. 30 Jungen. Großer Rathion. Hüllenbeutel. Tokugana. Der kleine Japaner. Servus. 3.840 Bote. Untersuchungsvollschritt. Der Gigante. Fast. Die Musikatzen sind da. Stufe 4. Arena Quest. Lieferung abgeschlossen. Drachenaderbeinstein. Aha. Gänze, Stopfle, Heber, Kaiserbrote. Aha. Da hab ich ja Füll abgeschlossen. Von dem was ja gar nix. Was hab, alter. Oh. Ah, du bist zurück. Ich muss jetzt hier. dringend etwas sagen. Alles klar. Natürlich. Ich habe ein paar beunruhigende Berichte vom Feldteam erhalten, dass Drachenälteste in allen Regionen gesichtet worden sind. Und diese Berichte kamen ab der Zeit rein, als du die Heimat der Ältesten untersucht hast. Deshalb glaube ich, dass es damit zu tun hat, was der Leer Gigante im Schilde führt. Ich möchte, dass du weiter nach einer Verbindung suchst. Komm schnell zurück. Ich werde auch versuchen, mehr Informationen über die Drachenälteste zu erhalten, damit wir richtig regieren können. Reagieren, nicht regieren. Regiere. Mit Eisnern. Mit Eisnern. So. Dalle. Dann haben wir das. Da geh ich einmal da um mit zu meiner. Zu den Wahnsinnnäcken da. Da sind viele Quests. So, wenn wir dazu kommen. Oh. In der Schmiede ist auch was. Förderplätze. Da werden wir fertig Knochenhaufen. Große Monster. Verlieferungen. Wir haben sonst nichts essen. Wir haben sonst nichts essen. Wir werden sonst nichts essen. Wir werden dauernd so dicht. Ha. Ha. Erntetruhe Erweiterung. Weitere Züge können wir wieder hinzufüllen. Batmananzucker. Arons. Guck mal. Wie weiß es? Naja. Wie frisst das normal auf, Alter? Was kriegst du denn da? Rüstkugel 2? Rüstkugel 1? Das ist ja das gehärtete Monster. Ja, dann kriege ich Rüstkugel 4. Ich weiß nicht, wo so ein gehärtete Monster ist. Konzenkopf. Blaschigöpfle. Nilset. So. Und dann gehen wir zum Chef Ökologen. Ah, da bist du ja. Ich wollte dir Bescheid sagen, dass der Admiral uns gebeten hat, den Nergigante zu studieren. Das haben wir getan. Wir werden bald eine Quest vorbereiten. In der Zwischenzeit gibt es da etwas, das du wissen solltest. Basierend auf deinen Hinweisen haben wir herausgefunden, wovon er sich ernährt. Nämlich von Drachenältesten. Ja, schockierend, aber wahr. Der Nergigante ernährt sich von Drachenältesten. Das erklärt, warum wir den Nergigante nur während der Ältestenwanderung sehen und warum er den Zora Matheros so unerbittlich verfolgt hat. Es gibt nur einen Weg, ein Monster einzäunen, das sich nicht einordnen lässt. Man wirft es auf den Drachenältestenhauten. Ich dachte jedenfalls, das solltest du wissen. Der Kommandant informiert dich dann über den Rest. Viel Glück da draus. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und was denkst du gerade? Dass das Scheiß ist. Hm. Du hast eher nicht dasselbe die Ordnung mehr. So. Ausrüstung kann man auch verbessern, wie du noch. Der Rest, eine Rosa hat den Rest herausgegeben. 12.600. Monsterlexikon. Das ist ja krass, das muss ich alles einmal hochbringen oder. Gott sei Dank. Das ist Wahnsinns. Schön. Rede mit den Kommentanten. Nein. Ich brauche gerade bei jemandem, der kann mir das nicht vor sagen. Da muss ich wieder hinlachen. Ja, der sitzt ja nicht mehr auf seinen Sösen. Ach, du bist es. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe gerade von der ökologischen Forschungsgruppe gehört, dass sie den Aufenthaltsort des Nährgigante gefunden hat. Auf diesen Tag haben wir sehr lange gewartet. Der Nährgigante ist für uns so rätselhaft wie die Ältestenwanderung. Über Jahre hinweg hatten der Nährgigante und wir von gegenüberliegenden Stränden aus den Blick auf das gleiche Ziel gerichtet. Wenn wir unseren Gegner studieren, könnte dies helfen, die größten Rätsel um die Ältestenwanderung zu lösen. Ich möchte, dass alle Jäger bei der Feldarbeit zum Nährgigante melden, dich zur Questern und begib dich zur Heimat der Ältesten. Wir müssen alles über dieses Wesen und seine Lebensweise wissen. Ich weiß, du wirst mich nicht enttäuschen. Ja, das macht ja keiner außer mich. Mhm. Mhm. Der Frister, sei ja gar nicht für mich. So. Was gibt es denn jetzt für Ausrüstung, weil ich habe ja da mich sehr angedemüht. Ja, ein bisschen was gibt es. Upgraden kannst du ein bisschen, ne? Die Rüstung. Die Rüstung. Ah, und Mariette hat auch schon wieder was. Ausrüstungslagen. Hallo, hast du Heroin für mich? Ja. Hey, du bist genau der Gesundheit. Ich arbeite in einem neuen Spiel. Ja, das habe ich schon selbst vorgestellt. Was braucht es denn? Jage alle Zielmonster, Alter. Was ist mit ihr denn das? Ein Fisch und was ist denn... Oh, Mariette. Hm. Ausrüstung, Schmieden, was gibt es denn da jetzt? Rüstung. Schädelset. Anonymer Schädel. Anonymer Schädel. Der rote. Der ist bei mir nicht rot. Der ist nur ein Kopf. Ich habe einen roten Kopf jetzt. Schädel. Mit Hörnchen. Nein. Der ist bei mir ein normaler Totenkopf. Warte mal. Wie heißt der jetzt? Schädelset. Ganz unten ist das noch Legianer Set. Du brauchst einen anonymer Schädel. Totenschädel habe ich. Alpha. Bei mir steht da Schädelset Alpha. Und was bringt das? Handwerk oder? Super. Waffenschärfe plus 10. Das ist aber eh eigentlich. Und was bringt mein Helm? Leviathus. Strategie... Brüllen. Ja, das ist ein Dingskritischen Blick. Äh... Falscher Feline-Set. Da kriegst du einen Katzenkopf. Der ist super, ja. Falico-Versammlung. Schaut gut aus. Guss-Set haben wir da. Hochmetall-Set. Zora-Set. Das ist jetzt alles besser als meins. Ja, ey. Das ist schon drauf. Hoppala. Keinen normalen Trank, ne? Leerstoffe. Strategie-Gassette. Soll ich nochmal schauen? Ich brauche einen Blaupilz und einen Käfer. Also der bringt Handwerk und Explosion. Schau mal her. Ich habe gerade schon. Ich hätte gerne den anderen Helm sonst genommen. Aber es bringt nichts. Das Problem ist jetzt... Das Legianer-Set erscheint. Okay, aber das brauche ich nicht unbedingt. Ah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll jetzt wieder. Hm. Schmiede. Na, Schmiede wollte ich nicht. Schmiede. Habe ich neue Waffen zum Schmieden. Neue Quests? Ibertus. Quests habe ich keinen. Ich glaube Ibertus den hätte ich gut bauen können. Ausrüstung verbessern. Ist genau. Aha, das kriegt ein Drachen. Feuerzellenstein. Aha. Ich würde jetzt so gerne die Waffen, die ich jetzt angekriegt habe.